Jim Hager war ein US-amerikanischer Musiker, Comedian, Schauspieler und Fernsehmoderator. Leben Jim Hagers Karriere war Zeit seines Lebens mit seinem Bruder verbunden. Sie begannen als Sänger im Kirchenchor. Als Teenager sangen sie in Shows im Lokalfernsehen. Nachdem beide den Militärdienst geleistet hatten, zogen sie nach Kalifornien und traten im Ledbetzers Nightclub in Los Angeles neben The Carpenters John Denver. Steve Martin und Kenny Rogas auf. Sie arbeiteten zudem bei Disneyland, wo sie von Book Ones entdeckt und unter Vertrag genommen wurden. Die Brüder traten daraufhin als Vorgruppe vor Tex Ritter, Vince Dürrts, Billy Jospiers und Lefty Fritz Zell auf. 1969 wurden sie für die CBS-Show HEEHAW unter Vertrag genommen. Die Serie wurde ein großer Erfolg und lief fast 25 Jahre. Im selben Jahr unterschrieben die Brüder einen Plattenvertrag bei Capitol Records und hatten eine Hitsingle in den Country Charts. Alles in allem nahmen sie sechs Alben auf. 1976 spielte er zusammen mit seinem Bruder John die Hauptrollen im Fernsehfilm Twin Detectives. 2. 7.